Wir schauen uns heute nochmal einen echt niedlichen und sehr, sehr schönen Fisch für das Meerwasserquarm an und zwar die Rotkopfgrunde mit wissenschaftlichem Namen Tigrigobius puncticulatus. Vorher war das Elacatinus puncticulatus. Elacatinus puncticulatus ist wahrscheinlich der Name, den du kennst bzw. den du in den meisten Shops noch finden wirst, denn die Umbenennung in Tigrigobius ist noch nicht so lange her. Das kam glaube ich 2021, wenn ich mich nicht recht irre, deshalb wird Elacatinus immer noch der Name sein, den man die meisten Zeit findet, aber theoretisch ganz offiziell richtig wäre es jetzt aktuell Tigrigobius puncticulatus für die Rotkopfgrunde. Und die Rotkopfgrunde ist ein wirklich netter Fisch für das Meerwasserquarm, vor allem einer, der schon in ziemlich kleinen Aquarien gehalten werden kann, wobei natürlich das Wort klein im Zusammenhang mit Meerwasserquarm immer sowas ist, weil wir reden ja immer noch von 100 Litern. Kommen wir aber gleich zu. Erstmal Herkunft und Verhalten. Das Tier wird so drei bis fünf Zentimeter lang, je nach Geschlecht. Männer werden deutlich größer als Frauen, also Männchen deutlich größer als Weibchen, kommt im tropischen Bereich des Ostpazifik vor. Das bedeutet so mehr oder weniger alles entlang der Küste von USA, Südamerika und so weiter. Also Westküste, weil Ostpazifik. So. Status auf der roten Liste, also Gefährdungsstatus LC, das heißt Least Concern, das heißt diese Art ist nicht gefährdet und das ist was sehr, sehr Gutes. Gleichzeitig kann sie nachgezogen werden. Auch das Pärchen, was ich hier bei mir im Aquarium habe, ist eine Nachzucht, in diesem Fall von Unterwasser Freiburg. Link findest du natürlich unten in der Videobeschreibung, wenn du dir die Tiere auch zulegen möchtest oder noch ein bisschen was darüber lesen möchtest. Du findest auch die Quellen, auf die ich mich beziehe, immer unten in der Videobeschreibung natürlich ganz generell. Aber bei Unterwasser Freiburg kannst du eben auch Nachzuchten dieser Tiere kaufen und das ist das, was ich hier auch immer empfehlen würde. Wenn du Tiere in einen Meerwasserquarm einsetzt, um da eben den natürlichen Bestand nicht zu gefährden, sind Nachzuchten der Weg, den man gehen sollte. Das ist tatsächlich ein Tier, was in sehr flachen Gewässern auch in freier Wildbahn vorkommt. Durchschnittliche Tiefe ist 1 bis 6 Meter, also wirklich, wirklich flach. Es gibt einzelne Fundorte, die auch mal bis 21 Meter tief gehen, das ist aber relativ selten. Das ist in freier Natur ein Symbiose-Cleaner-Fisch. Das heißt, das ist ein Fisch, der sich eben von den Hautparasiten sehr viel größerer Fische ernährt. Das kennt ihr garantiert. Und vor allem, wenn ihr mein Video über die Blaustreifen-Seenadeln schon gesehen habt, dann wisst ihr, die haben das auch so gemacht. Also viele dieser kleinen Fische sind eben in freier Natur Symbiose-Tiere mit sehr viel größeren Tieren, bei denen sie halt einfach Parasiten von der Hautoberfläche fressen und sich davon ernähren. Das ist im Aquarium halt nicht der Fall, weil der große andere Fisch fehlt, weil er müsste halt sehr groß sein und das würde dann bedeuten, man braucht ein sehr, sehr, sehr großes Aquarium. In der Regel ist das, was man höchstens in Zoos noch sehen würde. Aber da sieht man dann das kleine Tierchen nicht so richtig, weil man halt nur Augen für den großen Fisch hat. Also das ist, wie gesagt, etwas, was im Aquarium nicht stattfindet. Da geht es aber eben auch nur um die Nahrungsbeschaffung. Da geht es nicht darum, dass es eine lebenswichtige Symbiose ist, sondern da geht es halt um die Nahrungsbeschaffung. Und die kann man im Aquarium natürlich anders regeln. Interessanterweise kommen diese Tiere in freier Wildbahn auch sehr häufig mit bestimmten Seegurken oder bestimmten Seeigeln zusammen vor. Was lustiger daran ist, das ist keine Symbiose. Keines dieser beiden Tiere arbeitet irgendwie mit dem jeweils anderen zusammen. Und es ist wissenschaftlich bisher noch nicht erklärt, warum diese Tiere immer zusammen auftreten. Sie haben nichts miteinander zu tun, sie profitieren nicht voneinander, aber trotzdem gibt es diese Zusammenkunft, die man nachweisen kann, aber man weiß nicht wieso. So, sowas finde ich immer spannend tatsächlich. Gehen wir jetzt aber mal weiter zu den Haltungsbedingungen im Aquarium. Und da, wie gesagt, ist das ein Tier, was halt schon in einem relativ kleinen Becken gut gehalten werden kann, da reden wir eben ab 100 Liter aufwärts. Temperaturbereich 21 bis 28 Grad. Das ist ziemlich breit für ein Meerwassertier. Natürlich nach oben ist es immer begrenzt und das ist auch unser größtes Problem im Sommer, dass wir Meerwasser-Aquarien halt immer schon aktiv kühlen müssen. Die dürfen nicht zu heiß werden, sonst wird es ein bisschen schwierig. Auch für die Korallen, also nicht nur für die Fische. Aber ab 100 Liter kann man die gut halten. Und da kommt es natürlich auch hinzu, dass diese Grundeln, wie der Name schon sagt, sind Grundeln. Sie sind also keine wirklichen aktiven Schwimmer, die sich durch das Becken bewegen, sondern sie mehr oder weniger laufen halt über den Sand und über den Steinaufbau, über den Riffaufbau. Sie schwimmen nicht kreuz und quer durchs Becken. Also sie können auch schwimmen, so ist es nicht. Gerade wenn man Futter reinschmeißt, dann sind sie auch wirklich aktiv dabei und schwimmen. Aber das ist sehr selten. Normalerweise bewegen sie sich immer auf Oberflächen bzw. auf dem Bodengrund. Es ist ein wirklich sehr friedlicher Fisch, der wunderbar vergesellschaftbar ist mit anderen Tieren im Aquarium. Bei mir ist es ja jetzt so, ich habe jetzt bei mir in dem Becken, ich habe einen Krummes Viridis, ich habe ein Pärchen Terracoron cauderni, ich habe ein Pärchen Klauenfische, ich habe ein Pärchen Blaustreifenseen und eben ein Pärchen der Rotkopfgründel. Die kommen alle wunderbar miteinander klar. Ich habe auch noch einen Exzenius Stigmatura bei mir drin. Das ist der einzige Fisch, der die Rotkopfgründel irgendwie nicht so richtig mag. Ja, also der Exzenius Stigmatura, der besetzt ja auch gerne mal so kleine Höhlen. Ist keine klassische Gründel, aber besetzt ja auch so kleine Höhlen manchmal. Und wenn die Gründeln dem zu nahe kommen, dann wird der patzig und geht auf die Gründel los und verscheucht die. Aber das ist auch der einzige, der irgendein Problem mit den Gründeln hat. Aber solange da irgendwie, keine Ahnung, 10 cm Platz zwischen den Tieren ist, gehen die auch nicht aufeinander drauf. Der Exzenius hat auch noch nie irgendwelche Verletzungen gefordert. Der schwimmt halt nur hin und verscheucht die mehr nicht. Aber das ist der einzige, wo mir aufgefallen ist, dass es ja überhaupt irgendeine Art Konkurrenzkampf geben könnte. Beim Futter ist es so, dass man da eigentlich durch die Bank weg alles füttern kann, auch was alle anderen Tiere so nehmen. Vorteil ist hier natürlich wieder, durch die Nachzucht gehen diese Gründel auch relativ gut an Trockenfutter ran. Das ist also kein Thema. Ansonsten ist Frostfutter natürlich mal der Way to go oder man macht halt gleich Lehmenfutter. Bei Lehmenfutter Artemia und Mysis ist das, was am besten genommen wird. Artemia und Nauplänen werden auch genommen, weil ich halt Nauplänen auch füttere, vor allem für die Seenadeln. Weil die halt so ein winziges Maul haben, das ein Nauplänen deutlich besser geeignet. Oder Zyklops ab und zu mal. Die fressen das alles, ja. Also die Gründeln fressen echt alles durch die Bank weg. Auch das Trockenfutter. Da benutze ich ja die ganze Zeit das Sea-Friendly-Reefs-Trockenfutter, was ihr auch bei mir im Shop bekommen könnt. Link dazu übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Falls ihr also noch Futter braucht, kann ich sehr empfehlen, wird eben auch von den Meerwassertieren alles problemlos angenommen, was da natürlich ein großer Vorteil ist. Aber Futter ist wirklich gar kein Stress mit den Tieren. Insgesamt finde ich das eine richtig schöne Ergänzung. Ich finde vor allem bei Grundeln toll, dass man halt hier einen anderen Lebensraum mit einem Fisch besetzen kann, den man im Aquarium ansonsten mit anderen Tieren vielleicht nicht abbildet. Das ist im Süßwasser, glaube ich, noch ein bisschen leichter. Da hat man viele Bodenbewohner, die ganzen Welsarten, gerade die ganzen Panzerwelsen und so. Das ist ja schon eher immer alles sehr bodenbezogen. Im Meerwasser hat man dann beispielsweise die Grundeln. Und da ist die Rotkopfgrundeln klasse Vertreter, gerade weil eben auch Nachzuchten verfügbar sind. Und weil das etwas ist, was mir persönlich sehr wichtig ist und was ich hier auch entsprechend transportieren möchte, dass halt Nachzuchten wirklich sinnvoll sind, von solchen Tieren sich zu besorgen. Und dass das hier eben relativ gut machbar ist, auch für einen okayen Preis. Also Nachzuchten sind ja häufig deutlich teurer als die Wildfänge. Das ist jetzt bei der Rotkopfgrundeln auch so, aber nicht in so einem krassen Rahmen, wie es bei manch anderen Tieren der Fall ist, weil sie einfach ein bisschen leichter, ein bisschen schneller nachgezogen werden kann. Das ist also eine absolute Empfehlung. Richtig schönes Tier, was man sich noch ergänzend in sein Meerwasser-Aquarium reinsetzen kann. Macht Spaß, sie zu beobachten, weil die wirklich aufgeweckt sind, neugierig. Die sehen halt auch einfach ein bisschen lustig aus, muss man sagen. Ja, weil die sitzen häufig da und haben halt das Maul so offen stehen. Das ist ein ganz lustiger Anblick. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Pärchen Rotkopfgrundeln, was ich hier bei mir drin habe. Und du weißt jetzt, wie du sie halten kannst, worauf du achten musst, wenn du dir solche Tiere selber anschaffen kannst. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, die noch mit ins Aquarium reinzusetzen, wenn sie zu deinem restlichen Besatz passen.